Mit ConceptBot zu arbeiten ist leicht, aber was ist, wenn man seine Ergebnisse exportieren und mit jemand anderem teilen will, beziehungsweise sie einfach nur speichern? Nichts leichter als das und ConceptBot bietet ja sogar verschiedene Möglichkeiten dafür. Moin moin, ich bin Sebastian. Wenn du mehr über Tools und Empowerment erfahren willst, dann abonniere diesen Kanal, um nichts zu verpassen. Wie schon gesagt, exportieren ist leicht. Die Frage ist aber immer, was will ich exportieren? Bei ConceptBot haben wir drei Möglichkeiten. Das komplette Board, unsere festgelegten Abschnitte oder eine Selektion, also eine Auswahl von uns bestimmter Objekte auf dem Board. Bevor wir uns anschauen, wo wir das finden, eine zusätzliche Information. ConceptBot bietet einem oft zwei Optionen an. Als Bild oder als PDF exportieren. Bei der Option Bild haben wir den Vorteil, dass es einfach überall anzeigbar ist, beziehungsweise versendbar. Das heißt, man kann es sich leicht am Handy anschauen oder in WhatsApp in irgendeinem Messenger-Tool, wie zum Beispiel Teams. PDF-Dateien sind nicht so leicht auf jedem Gerät zu öffnen. Dafür hat eine PDF den großen Vorteil, dass der Text an sich noch da ist. Bei einem Bild ist er zwar auch noch da, aber nur als Teil des Bildes. Das heißt, bei einer PDF kann ich sogar noch eine Textsuche machen und ganz leicht etwas finden, vor allem wenn das Board größer ist. Hier kann das extrem hilfreich sein. Deswegen, du weißt am besten, für was du es brauchst. Und nun exportieren wir mal. Okay, wir sind ja auf ConceptBot. Ich habe zwei Abschnitte, einen kleinen und einen großen, plus ein paar Objekte ohne einen Abschnitt, aber auch mit Text. Die erste Option ist, wenn ich auf Board gehe und dann kann ich hier Board exportieren sagen. Als Bild oder als PDF. Wenn ich es als Bild mache, läde es kurz. Und hier habe ich das ganze Bild. Manchmal ist es so, dass wenn es lädt, es so aussieht und es fühlt sich an, als ob es leer ist. Der Hintergrund ist, weil das Bild so groß ist, dass man hier wirklich sich bewegen kann, zoomen kann und schauen kann, wo ist es. Und wenn du siehst, hier ist dann zum Beispiel wieder der Text. Aber ich kann auch, wenn ich draufklicke, mit der Lupe zoomt es raus. Und hier kann ich jetzt sagen, rechte Maustaste, Bild speichern unter. Die andere Option ist, wie schon gesagt, Bild als PDF exportieren. Ich kann auch hier draufklicken. Und hier kann ich jetzt dann als PDF-Datei speichern. Und so sieht dann die PDF aus. Der Vorteil hier ist, dass ich wirklich, wie schon gesagt, nach dem Text suchen kann. Ich kann wirklich sagen, ich suche nach Hallo. Und er zeigt mir wirklich an, wo Hallo ist. Und ich kann auch zum nächsten Punkt springen. Wenn ich jetzt aber in der Situation bin, dass ich gar nicht das ganze Board exportieren will, kann ich auch hingehen und einzelne Abschnitte exportieren. So kann ich hier hingehen und sagen, ich habe Abschnitt 1, das ist dieser hier, der kleine. Und kann sagen, rechte Maustaste, Abschnitt als Bild exportieren oder Abschnitt als PDF exportieren. Es funktioniert auch, wenn ich hier draufklicke, rechte Maustaste auf den Abschnitt. Hier kann ich aber dann nur als Bild exportieren. Wenn ich mehrere Abschnitte habe, zum Beispiel hier auch noch den großen, kann ich hingehen und mit Shift gedrückt halt beide Abschnitte selektieren. Und wenn ich jetzt hier rechte Maustaste klicke, kann ich Abschnitte als PDF exportieren auswählen. Hier bekomme ich nun eine Datei, die aus zwei Seiten besteht und in der jeder Abschnitt als eigene Seite dargestellt ist. Also perfekt nach einer langen Meeting Session oder nach einem langen Workshop. Und die dritte Möglichkeit, wenn ich nur Objekte habe, aber keinen Abschnitt, ich kann diese zum Beispiel selektieren und sagen, hier Auswahl als Bild exportieren. Das gleiche geht aber auch über Bearbeiten, Exportieren als Bild. So kann ich auch hingehen und innerhalb eines Abschnittes nur bestimmte Sachen exportieren. Wie du siehst, gibt es mehrere Möglichkeiten. Das ganze Board, Abschnitte oder auch einzelne Objekte oder mehrere. Du musst aber für dich entscheiden, Bild oder PDF. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Es liegt an dir. Und das war's auch schon. Wenn du noch mehr Tipps und Tricks für Conceptboard bekommen willst, schau dir unbedingt mein Video über sieben Tipps und hilfreiche Funktionen für Conceptboard an. Und hat mein Video dir gefallen? Dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und abonniere meinen Kanal, damit du mehr über Tools in Empowerment erfährst und nichts verpasst. In Grundosphensôle. Und ascense. Und вариант. Sobre ¡isibe ich halt da wollen! Vielen Dank.